Du hast noch 3 Du hast noch 3 und damit beginnen wir einmal diese Folge, diese Aufnahmescheiße Nein, ich mach jetzt, ich nehm jetzt nicht nochmal auf, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Aufnahmesession von Minecraft Let's Play Together mit der Andy! Waaah! Brot an den Kopf! Nein, warte, beim Stehen! Brot an den Kopf! Au! Ja, ähm, die Aufnahme, die letzte Aufnahme geht 20 Minuten, nicht wundern, dass ich da Scheiße sag beim Kommen, also, äh, bis weil, äh, ne? Bis, äh, weil ich, äh, ne? Bist du daneben gegangen? Bist du daneben gegangen, genau Ähm, ja, ich war beim Schlafzimmer, du hast mir gerade deine Meinung gegeben, es sieht Scheiße aus Ja Was sieht denn hier am Scheiß aus? Es soll einfach nur... Na, das sieht so, so, so komisch aus, so, so Saunamäßig Guck mal, weil hier hast du jetzt was zum Hinschillen Und da ist es... So Saunamäßig, guck mal, und hier stößt man sich den Kopf Stößt man sich gar nicht den Kopf? Kannst du da durchgehen? Nein! Ne, ich meine, hier, dann diesen Teilen da, diesen... Du wolltest ja auch nicht da drauf stehen Doch Nein Ich habe... Au! Ich verprügel dich mit nem Brot Schwarzkohle, 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 schwarzkohle Au Hahahaha Tut mir leid Ich bin... Ich bin... Weil wir haben so voll den Scheißausblick hier ein Baum und noch ein Baum Und ein Weg, aber Baum, Baum, Weg Ja, wir können die Bäume auch noch abreißen, also... Nein! Doch, ich wollte die abreißen Nein! Abreißen! Hahaha! So, ich... Dann müssen wir deine Kühe wieder schlachten Meine Kühe? Die vermehren sich auch wie... Wie... Keine Ahnung wie Komm, du bist hier, äh... Die Bäuerin, mach es einfach... Vor mir... Die Kuhflüsterin Kuhflüsterin Oh mein Gott, das ist jetzt... Hast du noch Weizen? Äh, ich denke... Hier Ich muss einfach mal gucken Ich glaube, ich hab noch ungefähr zigtausend Wo bist du? Was tust du? Ich mach hier alles ein hoch Warum? Weil man dann besser bauen kann Äh, ich meine, ich hab Weizen unten übrigens, ne? Nicht, dass das jetzt extra zu mir gekommen ist Das musst du ja sagen Äh, ich hab... Ja, wenn ich meine, ich hab Weizen, dann ist es hier im Köller Lass du aber keinen Weizen, dann haben wir Weizen Ach stimmt, wir sind jetzt so ein verstricktes Ehepaar Stimmt, scheiße Wir haben eine Kartoffel Sinnloser Knopff! Was? Äh, sinnloser Knopf Achso Ich hab wahrscheinlich eh keinen anderer aufverstanden, genauso wie du jetzt, aber... Ich schreie gerne Ja, das hab ich gemerkt So, jetzt kann ich hier nämlich so ne kleine Chill-Ecke hinbauen Du hast gar keinen Weizen mehr, du hast mich angelogen Klar hab ich Weizen Nein Jetzt hab ich doch alles verbraten Ach, dann in der Bäckerei ist Weizen, meine ich übrigens, ne? By the way Boah Und ich guck hier in den Keller und denk mir so Boah, kein Weizen Ja Du hast noch einen Huhn übrigens Und alleine kann sich das Huhn nicht fortpflanzen Deshalb warte ich auch die ganze Zeit bis es Eier gebärt Das ist auch kein Weizen Ein Weizen ist dann auch schön Ja, du hast das ganze Weizen verbraucht, du bist eine Bäuerin hier Mensch So, egal, ich will jetzt hier beim Haus nicht mehr weitermachen, sieht alles scheiße aus Schnief, Schnief So, äh, was könnte man denn als nächstes machen? Ich glaube, ich arbeite mal am Wassertunnel weiter dran Weil da hinten muss noch übrigens ein Baumhaus hin, ne? Jetzt hast du eine Kuh abgehauen So, du passt dich mit denen da Und du hast Pech, weil ich nur noch einmal Weizen hab Ach, übrigens, ähm, was würdest du machen, wenn ich dir mehr als 8 Cent geben würde mit mir? Das fragt übrigens auch der Timber Let's Play Und er hat als Kommentar da noch 5-5 hingeschrieben Hm Mehr als 8 Cent? Das klären wir nach der Session Okay, okay Nach der Session? Ja, ich hab das Baby Kuga Das, das Baby Kuh, oh Gott Die Baby Kuga holen Ich brauch ne Schaufel Ah, vor allen Dingen, das klären wir nach der Okay, dann weiß ich schon, worauf es hinausläuft Also, dass du mich so gerne magst, hätte ich jetzt nicht gedacht Nö? Ja, ich bin ja immer die, die sagt Jetzt geh schlafen Ah, ich liebe diesen Jetzt geh schlafen Ich liebe diesen Unterton dann bei dir Das ist einfach so, voll erotisch Es ist einfach Geil Einfach geil Einfach geil Ne? Es wird alles wieder gut Es wird alles wieder gut, ja Ja, ich hab auch noch mal dieser Ausraster Da, bitte ich mich höchst drum zu entschuldigen und so, ne? Werden die Leute eh nicht machen, weil die dich hassen Ja, deshalb gucken sie auch dieses Ja, okay Okay Ich hab jetzt vergessen, was ich sagen wollte Ach ja, sie gucken uns ja auch nur wegen dir, ne? Ja Natürlich Schreibt sie in die Kommentare, ob sie es wegen mir guckt Wenn es kein einziger kommt, ne? Dann hasse ich euch Da lade ich nie mehr Videos hoch Und mein gekonntes, äh, laut drehen hat dein Dingsens jetzt, äh, komplett überdeckt Ja, das kann ich mir sogar gut vorstellen Ich geh mal gucken, ob ich handeln kann in der Stadt Lalalala Ich glaub, wenn du redest, mach ich immer so'n Piepton rein So, piep! Ne? Okay Abgelebt Piep! Wieso nicht? Das ist voll schön Haben wir noch Cola? Äh, ja, ungefähr 20.000 Stück Mindestens Mit wo? Ja, wie, was, wo? Wo? Hast du das auch grad gehört? Was denn? So ein... Äh, nein, ich bin hier gerade unter Wasser Das kam ja grad und ich hab gedacht, hier steht plötzlich irgendwie so'n Zombie-Pick Oder es sind irgendwelche neuen Sounds bei Minecraft Ich spiel das gerade übrigens in der 1.44er oder so Keine Ahnung, ob das jetzt die neueste Version ist Und ja, kann sein, dass da neue Geräusche auch mit reingebracht wurden Oder es ist dein Baby, was du schon wieder, äh, geboren hast und es einfach grade nur vor dir auf dem Schreibtisch liegt Das kam einfach so rausgepluppt Also, plupp! Oh, was ist denn das? Ein Bibi Wir haben keine Kohle mehr Brauchen Kohle Ach, da haben wir Kohle Ja, ist auch so viel Kohle, ne? Wir haben keine Kohle mehr, nein Das kann man übersehen Oh, was geht weg? Ich wollte dich nur hauen Ja, aber im Platzierst'n Block Ich wollte dich zubauen Das ist meine ehrliche Meinung dazu Widerstrede... Man, ich hab ja so viele Versprecher momentan, das geht mal gar nicht Ja Kannst du mir sagen, was hier los ist? Das geht mal gar nicht Das ist ein Mädchenanwesen, das ist los Ein was? Ein Mädchen ist anwesend Ja, ich bin ein Mädchen Bis jetzt kam auch noch kein Kommentar, dass sie glaubten, dass ich mit einem Jungen aufnehme Also brauchst du, glaub ich, da jetzt auch nicht so wirklich rechtfertigen Nur wegen meinem Namen gab's ein paar Probleme Echt? Ach ja Ja Ja, mit der Amy nehm ich jetzt selber nicht mehr auf Also das auch mal für die aktuellen Zuschauer Weil sie einfach keine Zeit mehr hat und sowas und keine Ahnung Und das ist die Annie, nicht die Amy Annie A-N-N-E-E Ich muss das auch zu vielen Leuten schreiben, ne? Ja Mal gar nicht Ein paar haben sowas noch geschrieben, ich hoffe ich schreibe deinen Namen jetzt richtig und Ja Ich fand's ganz lieb Ich bin ja auch nicht ausgerastet oder so, ne? Ich hab ja jetzt nicht die ganze Zeit sowas geschrieben Das ist nicht Amy Genau Das ist nicht Amy, du Opfer Du Opfer, wie 1000 Ars Blockiert und alles mögliche Was, blockiert? Hör mal richtig zu, ey Ja, ich hab grad meine Kisten wieder einsortiert Aua Blockiert, nicht ins Klo piert Ja, hast du dir übrigens schon mal das Klo angeguckt? Ja, da ist ein Kessel im Boden Das muss ich jetzt hinsetzen beim Kacken Und außerdem haben wir die Folge hier Ach ne, haben wir gar nicht, stimmt Ups, ich hab nix gesagt Was haben wir? Nix Kommst du mit an, ey? Ich hoffe dann guck Au! Ich hab's geklauft und guck Hahaha Boah, jetzt fängst du damit schon wieder an, ey Fängst du damit schon wieder an, gib mal gar nix Kommst du mit angeln, bitte? Ich geh nicht alleine angeln Seit dem Creeper Ich baue den, äh, ja Da bin ich auf jeden Fall in der Nähe, ja? Oder ich stell mich dahin, baue ne Wand um mich drum rum Nur noch mit nem Loch, wo ich rausgucke Oder so Es wird schon wieder dunkel, das geht gar nicht Ja, wir nehmen auch schon wieder so lange auf, ne? Ja Das geht mal gar nicht Äh, hier haben wir Fleisch drin Hier haben wir Hähnchen drin Hier haben wir gar nichts drin Äh, wo ist die Essenskiste? Ah, da ist die Essenskiste Die ist unten Oh, du musst auch mal sortieren hier, geht mal gar nicht Ich hab doch schon... Gebratene Schweine, nein, hast du gar nicht Doch hab ich Nein Doch hab ich Nein Sieh wieder so komische Geräusche Was? Hier sind so komische Geräusche Ich verstehe dich nicht, wenn du so leise redest Was für komische Geräusche Wir draußen beim Angeln Ja, das ist das Äh, Ender-Portal Ah! Was? Kann da jetzt schon, äh, schon wieder was angesprungen, oder wat? Lebst du noch? Ne, ich glaub das hab ich mal eingebettet Ja, es ist typisch schon wieder du hier, Mann Geh mal gar nicht Ja, du musst... Du müsstest mich mal sehen hier, wie ich angel Ich... Ich werf die Leine aus Guck nach links, guck nach rechts Nichts da Guck wieder nach links, guck wieder nach... Da ist ein Creeper Das heißt, ich geh jetzt nach Hause Komm schlafen Oh, wie wir einfach jede Folge schlafen müssen, ne? Ja, ich bin halt müde Du bist halt müde So müde Ja, und ich steig immer fast aufs Dach hier Was muss das? Das geht, das geht voll gar nicht So, gute Nacht meine lieben Zuschauer Wir sollten mal wieder einen Kommentar reinwerfen Wir sollten mal wieder einen Kommentar reinwerfen Ah! Aua! Was möchtest du? Sag, wir sollten mal wieder einen Kommentar reinwerfen Du überhörst mich voll Dann werf ich mal einen rein Ihr mögt euch sehr, macht weiter so Von Painkiller865 Hallo! Wir mögen uns sehr Ich kenn dich Ja, der kam von dir zu mir, ne? Das ist der einste Abonnent, der von dir zu mir rüber kam, glaub ich Gefühlt Ich dachte, ich hab ihm eher erhofft Ich dachte, ich revolutioniere die Welt mit diesem Let's Play Aber der Painkiller ist schon cool, ne? Ja Der ist schon Nur, dass er mit der Tatsache, dass wir uns mögen, falsch liegt Wir hassen uns eigentlich gegenseitig, aber das ist nur Ich hab ja auch was vom MrRolliLP Ihr zwei seid so Herz Und der Kommentar hatte ganze 6 Likes Wieso? Wieso? Wir lieben uns doch nicht Wir mögen uns doch nicht mal Ich hab Fisch! Wir hassen uns Ja, da brauchst du ungefähr 10 Stück für einen Ozolot Wir hassen uns wirklich gegenseitig Und wir machen das einfach hier auch nur, weil Ja Weil wir Abo geil sind Genau Wir wollen einfach Oh, diese Ordnung, ne? Wir wollen einfach nur Ja Zusammen Zwar viele Abos bekommen, aber eigentlich hassen wir uns So richtig Derbe und so, ne? Genau Genau so sieht's aus Genau Ich weiß noch nicht mehr, was ich jetzt gerade gesagt hab, aber ich denke mal, ich hab recht Ja, hast du auch Echt? Cool Ich glaub schon Ich hab auch vergessen, was du gesagt hast, weil ich dir nie zuhöre, wenn du irgendwas sagst Ja, deswegen reagierst du auch auf meine Fragen Hm, komisch Seriös, ne? Ja, das sind so Standardantworten Und ich hab wieder einen Fisch Boah, ich bin voll die gute Anglerin Ich sollte meinen Stoff wechseln Ja, dann wären wir schon wieder beim Stoffwechsel Endprodukt, die du da angelst Ich meinte, ich sollte meinen Job wechseln Von der Bäuerin zur Anglerin Ich dachte, da kommt grad ein Creeper, aber das warst nur du Ey, ich bin blau, ja? Ja, bei mir in der Schule steht auch ein Creeper rum Echt? Ja Wieso? Dann wäre ich im Kunstunterricht ein Creeper nachgebaut Okay Das Glöde ist, es weiß niemand, ob es wirklich ein Creeper ist oder ein grüner Zombie Aber es ist grün, es sieht total aus wie ein Creeper, nur es hat diesen komischen Fuß unten nicht Gehst du mal vielleicht hinter mir weg? Gehst du dann vielleicht mal weg? Bumm Ich hätte jetzt eine Animation haben sollen, wo ich explodier oder so Ja Wenn hinter mir was auftaucht, sagst du Bescheid, okay? Äh, natürlich Natürlich und richtig weg Ja, natürlich So, dann hab ich jetzt noch zwei Kommentare, die wir abquatschen müssen Ja, das kannst du ja, ich hab auch noch ein paar, glaube ich Ich weiß es nicht, ich hab den Zettel jetzt einfach mal hier liegen Ja, ich hab mein Handy hier neben mir liegen, ich bin so voll Hightech Mit Handy Du hast es auf dem Handy einfach abfotografiert oder was? Ne, abgeschrieben Ich hab mir schon die Mühe gemacht Ja, ich hab ja auch sowas wie einen Kugelschrauber benutzt, ne, benutzt ja heute keiner mehr Naja Oder kennst du noch, kennst du noch einen Inki? Kennst du den noch? Was? Ein Inki? Kennst du den echt nicht? Ja Was bist du für eine Generation hier? Ne, damals in einer Boah, wo war das? Vielleicht kenn ich ja auch nur den Namen nicht Vielleicht hat das bei mir hier eine andere Bezeichnung, aber Ah, kann echt sein, du kommst ja aus einem anderen Loch von Deutschland hier Ähm Ne, es Boah, was war das damals? Es war so ein... Ich komm aus Russland Ach stimmt, du nimmst ja jetzt gerade live aus Russland auf Ihr habt doch jetzt gerade, was weiß ich was, irgendwie zwölf Uhr nachts oder so Ja, ohne Scheiß, irgendwie hab ich zum Teil ein paar Leute erlebt, die gemeint haben, kommst du aus Russland? Ich so, hä, wieso? Dein Name klingt zu russisch und irgendwie, ich kling irgendwie so ein bisschen russisch Ich weiß nicht, warum, ich hab nie ein Wort russisch gesagt, aber irgendwie denken Leute, ich komm aus Russland Wahrscheinlich hast du irgendwann mal das Wort Wodka erwähnt und dann dachten sie sofort, oh Wodka, Wodka, Stalin, Putin Genau Jetzt ist offiziell ich mit Russin Genau Heißt auch Viktor, ne? Ja Ich heiße Viktoria Bist du Schwester von Viktor, ne? Und alle, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, dann habt ihr in YouTube was verpasst Ja, auf jeden Fall Wodka, Wodka Ich bin auch Russe, ganz klar Hat zwar noch nie jemand gesagt, aber Das merkt niemand an Wodka Genau Ah scheiße, nee Wodka, das steht zwar jetzt nicht auf meiner Kommentarliste, aber es hat glaube ich mal irgendjemand geschrieben Ihr solltet mal besoffen ein Let's Play machen Achja, stimmt Wo mein Kommentar ein paar Daumen rauf hat und das weiß ich noch Ja, und ich hab den ganzen Tag gesagt, ja wieso nicht? Du hast dann wieder abgelehnt geschrieben und ja wieso nicht? Abgelehnt geschrieben, ja wieso nicht? Abgelehnt und äh, ja Ja und das abgelehnt hat komischerweise ein paar Daumen bekommen Genau Ja, du bist so scheiße Wahrscheinlich hast du deinen eigenen Kommentar auch geliked und ich war dann auch so cool und hab deinen Kommentar auch geliked Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich den geliked habe, ich hab ein paar Kommentare geliked Ah Du bist so ein Arsch Du bist so... Oh ne Nein Du bist so ein Arsch Du bist so ein Arsch Du bist so ein Arsch